Damit bald steht eines fest, ein Österreicher gewinnt hier, aber wer, Ernst Vittori oder Stefan Horngacht? Ich glaube, dass der Ernst ist schoffen. Der Mann, der da in seinen Frequenzanzen gewandt hat, Ernst Vittori. Händler, ich versuch's! Ja, ich versuch's nicht, ja, ich versuch's nicht. Jawohl, 106 Meter, größte Weite im zweiten Durchgang. Und nach 1986 gewinnt der Ernst Vittori. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Heute ist der Tag, an dem was passiert. Heute ist der Tag, den du mit Sicherheit nicht vergisst. Und weil nämlich du, lieber Ernst, endlich 50 bist. Oh, weil du nur 50 bist. Weil du nur 50 bist. Und du aber nicht, und du aber nicht bleibst, wie du bist. Oh, weil du nur 50 bist. Juhu!